Okay, ich glaube, ich gehe nochmal hierhin, um zu gucken, ob da jetzt irgendwie was Tolles anders ist, obwohl ich es nicht glaube. Hier war ja die Falle und den Dingenshebel haben wir gezogen. Aber hier, ich glaube nicht, dass wir hier noch was machen können, ehrlich gesagt. Es muss also irgendwas mit diesen großen Säulen zu tun haben. Ich gucke mir das jetzt nochmal von hier unten an. Da kann man definitiv hochspringen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Und ich meine, so kann ich die ja nicht verschieben. Wahrscheinlich muss ich nur irgendeine komische Absprungposition haben oder so. Hoffe ich mal. Weil sonst habe ich echt keine Ahnung. Aber wenn ich nur springe, komme ich nicht ran. Und festhalten kann sie sich nicht. Dann bumst sie voll dagegen. Aber das ist so gerade meine einzige Idee. Oder komme ich auf den... Boah, das wollte ich nicht. Komme ich auf den anderen? Also, das ist so weit weg. Aber das könnte natürlich auch noch sein. Na? Das wird niemals was. Okay, vielleicht wird es doch was, wenn ich ein bisschen weiter nach links springe. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, wenn ich die falschen Knöpfe drücke, kann das durchaus schwer sein. Okay, es wird knapp. Und ich weiß nicht, ob ich mich an die Kante klammern muss oder nicht. Ja, sehr gut gemacht. Wieder falsche Taste. Okay, das war auch super. Gleich spule ich wieder vor mit einer lustigen Musik. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das war auch super. Musik 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 Okay, ich zweifle jetzt doch daran, dass es so funktioniert. Auch wenn ich eigentlich keine Ahnung habe, wie es sonst funktionieren sollte. Höh? Achso, man kann die Hebel auch wieder zurückführen. Ja gut, es bringt mir ja herzlich wenig, aber gut zu wissen. Dann muss ich mich doch nochmal hier umgucken. Ich finde diesen großen Raum auch so verdächtig. Aber nun gut. Ja, und da... Alles nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Die Frage ist auch, bringt mir das was, wenn ich den zurückziehe? Ich glaube nicht, aber... Keine Ahnung. So, so zieht sie das Loch wieder komplett zu. Ja gut. Auf diese Seite ziehen bringt mir halt auch irgendwie so gar nichts. So, und jetzt kannst du es nicht weiterziehen, ne? So, genau. Hat der noch irgendwie was Cooles dabei? Nein. Nur seine Gebeine. Okay, ich muss doch wahrscheinlich irgendwie rausbekommen, wie ich springen muss. Nur habe ich keine Ahnung, wie. Ja gut, und das öffnet nur das Tor. Das will ich ja nicht zurücksetzen. Das heißt wahrscheinlich wirklich, wenn ich den da hingebracht habe, muss ich auch von dem da darüber springen können. Das kann ja nur Stunden dauern. Also auf ein neues. und das kann ja nur tatsächlich sein. Das kann ja nur sehen. Wenn ich ins K supplumpy's kuchen probiert habe. gł XV Kupp und wiederholt miche. Der Fall nichtlass ich mich für Füchaft. Und ich bin nemen. Musik 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 Ich speichere mal Und endlich habe ich es hier hoch geschafft Ich frage mich Wo ich bin Ach, hier bin ich Super Dann kann ich ja gleich mal laden Meine Stelle Und hier runter Okay, das heißt Jetzt muss ich es nur schaffen Darüber zu springen Ja Das hat doch Superb funktioniert Jetzt richten wir uns Ganz langsam aus Für unseren nächsten Sprung Schafft sie es darüber Muss sie ja, oder? Nein Das Schafft sie niemals Okay, das heißt Das heißt also von dort Sollte ich es erst mal Dorthin schaffen, oder? Ich weiß ja nicht, ob das so Funktioniert So schon mal nicht Super So auch nicht Schaffe ich es echt dort rüber? Ja Muss ich ja, aber Oder Warte mal Ich möchte noch mal gucken, ob Na toll Jetzt komme ich da nicht mehr hoch Okay Hat sich erledigt Dann Gucken wir Dass wir irgendwie dort hochkommen Wie auch immer Lara sich das vorstellt Ich weiß nicht So schräg kann sie irgendwie Nicht gut springen Oder? Das funktioniert irgendwie nicht so gut Ich gucke jetzt noch mal Ich gehe jetzt noch mal hier lang Ja Okay, da oben geht es gar nicht lang Gut Gut, ich glaube Dann Habe ich verkackt Ich bin froh, wenn diese Stelle hier mit diesen ganzen Springen vorbei ist Das macht jetzt ja dann Doch nicht so einen Spaß Okay, also da komme ich auf keinen Fall rüber Das heißt, ich muss irgendwie hier rüber Aber da springt sie so in die Ecke Das ist nicht gut Ja, so wird das auch nichts 1962 sind unter 20 22 23 22 agua 23 Vielen Dank.